Musik 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 Wie da, machst du mir zurück? Komm! Was hast du da? Du könntest... Tomaten ess du zu. Hier, Hubbel. Hier, cool abhängig. Hier, cool abhängig. Oh, ich glaub, die Flieger läuft ins Bild. Ja, ist doch gut. Du musst da irgendwas... Wieder eine Tomate in die Hand nehmen. Oder einen Apfel oder was. Was du magst. Kannst du auch ein Messer nehmen dazu. Oder dass du gerade den schneidest. Also, jetzt fangen wir das Fotografieren an. Und jetzt kann es tatsächlich so locker, wie wenn du... Ja, da eher Richtung Fenster rausschaust. Und einfach so hochkonzentriert. Hochkonzentriert. Weltverloren. Ja, ich hab erleuchtet, dass der schlecht ist innen. Ich wurde das anders. Das lag aber nicht an dir. Rechte obere Ecke vom Fenster. Ja, ja, ja. Na, die... Diese rechte. Ja, die hintere. Von diesen... Von diesen... Ja, genau. Super. Tja. Das ist nur die Serta gemacht, wenn du hier gestern bist. Wie geht's? Komm mal her, Frieda. Wir haben Enkelgerechtigkeit. So, schau mal. Wie hab ich den fotografiert und dann ist er nicht so gescheitert. Moins. Der Mist. Komm ich auch mit bei? Komm ich auch mit bei? Ohhhh. Komm her. Genau. Habenswert, oder? Ja. Ja. Vielen Dank. Herr Niki, wir haben schon zusammenpacken. Ich wollte reinpassen. Alle in der Ecke. Was ich da vorne irgendwo lege. So, jetzt fährt das Licht wieder weg. So, jetzt machen wir Kaffee her. So, jetzt machen wir Kaffee her.